In dieser Lektion möchte ich Ihnen das TYPO3-Backend näher bringen. Und beginnen tue ich jetzt aber noch einmal hier in der Kommandozeile, damit Sie auch wissen, in welchem Pfad das Ganze liegt. In diesem Fall ist das www.blank. In diesem Ordner habe ich eine separate TYPO3-Installation. Und diese hat ungefähr den Stand, den Sie auch bekommen würden, wenn Sie bei einem Webhoster hingehen und sich ein TYPO3-Testpaket bestellen. Der Pfad kann sich da natürlich je nach Hoster noch ein bisschen unterscheiden. Bei Midwald wird es wahrscheinlich sowas sein wie HTML-TYPO3. Wenn Sie einen Rootserver haben, dann ist es häufig www. Und dann irgendeine Accountnummer. Bei Nginx-Servern wäre es dann User-Share-Nginx. Also es gibt verschiedene Web-Server und verschiedene Provider, die dann unterschiedliche Pfade haben. Das müssten Sie halt eben selber herausbekommen. Da könnte man notfalls halt den Support fragen, wenn das nicht sowieso Ihnen in den Zugangsdaten schon mitgeteilt worden ist. Dieser Ordner Blank wird hier schon angezeigt. Das heißt, wir haben also hier dieses Dummy-Paket zum großen Teil und ein Zym-Link auf die Sourcen 604. Wenn ich das Ganze jetzt mal hier aufrufe, das ist noch die alte Installation, die haben wir ja im vorhergehenden Video gemacht. Hier habe ich jetzt die neue mit dem Blank. Mit dem Slash-Typo3 erreiche ich jetzt das Backend und mit Admin und T3-Work können Sie sich dann anmelden. Vielleicht auch hier noch ein kleiner Hinweis. Sollten Sie irgendwann mal genau an diesem Punkt hier wieder einsteigen wollen, dann können Sie zumindest in der virtuellen Maschine ein Skript aufrufen. Da gibt es jetzt hier ein Skript, das heißt Reset Blank. Sie können auch jederzeit ein Backup von dieser Version machen. Das geht mit diesem Backup Blank. Mit der virtuellen Maschine hätten Sie natürlich auch noch die Möglichkeit, ein Snapshot anzulegen. Aber für mal einen schnellen Datenbank-Dump zwischendurch ist das vielleicht ganz gut. Und mit diesem hier kann ich also wirklich sofort das aufräumen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Änderungen mache, füge jetzt einfach meine Seite hinzu und habe mich vielleicht damit komplett verrannt und meine ganze Webseite läuft nicht mehr, kann ich also hingehen. und nach Max-Brand-Punkt-Slash-Reset-Blank. Dauert das ein paar Sekunden, kann das Ganze wieder zurücksetzen und jetzt muss ich mich natürlich wieder hier neu einloggen. Weil ich habe natürlich auch die Session-Daten mitgelöscht. Und wir haben wieder genau diesen Stand und können jetzt loslegen. Ich bin jetzt eingeloggt in dem Typo3-Backend. Das ist das, wo Sie hauptsächlich nachher Ihre Inhalte drin pflegen. Die Redakteure werden wahrscheinlich den oberen Bereich mehr benutzen, also Web und Datei. Und die Administratoren benutzen dann hier Template hauptsächlich und die Benutzereinstellungen und so weiter jetzt hier unter Admin-Werkzeuge oder auch den Erweiterungsmanager. Ganz grob will ich erstmal die einzelnen Bereiche vorstellen, damit Sie erstmal so ein kleines Gefühl dafür bekommen, was sich wo an welcher Stelle befindet. Wir haben im ersten Bereich die Module und dort bestimmen wir, was wir dann auch machen wollen. Dann im zweiten Bereich haben wir den Seitenbaum und im dritten Bereich haben wir den Bereich zum Editieren. Und oben ist nochmal eine kleine Leiste mit einer Suche. Hier sehe ich die Anzahl der zuletzt verwendeten Dokumente und die geöffneten Dokumente. Dann habe ich hier eine Umschaltung für Arbeitsumgebung. Hier kann man einen Cache löschen. Da vielleicht gleich den Hinweis in Produktivumgebung. Macht es nicht immer Sinn, alle Caches zu löschen? Das könnte dann sehr viel Last auf dem Server für die nächsten paar Minuten oder auch Stunden dann bedeuten. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, sich Lesezeichen anzulegen und ich könnte mich hier auch wieder abmelden. Wenn ich mir die Module angucke, der Redakteur wird hauptsächlich mit Seite arbeiten. Da muss der Redakteur halt aufpassen, dass er nicht aus Versehen auf Web klickt, weil man kann hier diese einzelnen Abschnitte auf und zu klappen. Der Redakteur wird also hauptsächlich mit Seite und Liste arbeiten und die anderen Sachen halt relativ selten benutzen. Ich klicke mal einmal auf Seite und jetzt sieht man hier der rechte Bereich. Der hat sich jetzt einmal aktualisiert. Genauso aktualisiert sich dieser Bereich, wenn ich dann hier auf eine Seite draufklicke. Ich habe also hier bestimmt, was ich machen möchte. Hier habe ich bestimmt, wo ich es machen möchte und hier kann ich das Wie bestimmen. Ein klein bisschen aufpassen muss man bei dem Seitenbaum, dass man den nicht aus Versehen zuklappt. Wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich keinen Seitenbaum mehr und ich muss also erst wieder hier auf das Icon draufklicken oder auf die Leiste. Das kriegt man aber dann schon mit, wenn das jetzt hier diese Grafik dann anzeigt. Man kann das Ganze auch kleiner oder größer machen, genauso wie ich das hier auch an die Größe anpassen kann. Das nächste Modul zeigt jetzt hier die Webseite im Frontend. Das kann ich mir auch mit dem Auge hier anzeigen lassen. Und jetzt sehe ich hier eine Fehlermeldung. Die Seite mit der ID 1 ist ein Verweis und zeigt auf eine Seite, die nicht zugreifbar ist, nämlich die ID 0. Das haben wir hier oben. Und das heißt, wir müssten jetzt so ein paar Grundeinstellungen an dieser Webseite machen. Diese Webseite soll nachher auf meine richtige Startseite verweisen. Deswegen brauchen wir jetzt diese Startseite, damit ich die auch nachher hier eintragen kann. Das Hinzufügen von Seiten geht jetzt auf mehreren Wegen. Der erste Weg wäre, dass man jetzt auf eine Seite draufklickt, Seitenaktion neu anklickt. Einfacher geht es vielleicht noch, wenn man hier oben auf das Plus-Icon klickt. Dann klappt hier eine Leiste aus mit den verschiedenen Seitentypen. und dann kann ich mir in diesem Fall die Startseite einfach mal hier runterziehen. Ich lasse die jetzt auf Standard-Title fallen und könnte die jetzt Startseite nennen. Des Weiteren werde ich dann noch einen Ordner brauchen für Datensätze, die jetzt nicht direkt auf der Webseite zu sehen sind. Das wäre zum Beispiel dieser Ordner. Und den kann ich hier runterziehen. Und der könnte jetzt Daten heißen. Wir haben vielleicht gesehen, ich konnte direkt loslegen mit dem Tippen. Jetzt kann ich natürlich hier nicht mehr tippen. Wenn ich hier nochmal nachträglich das ändern will, muss ich einen Doppelklick drauf machen. Das mache ich jetzt bei der ersten Seite mal. Mit dem Doppelklick kann ich dann hier den Text editieren. Wenn ich Return drücke, dann habe ich das Ganze wieder verlassen. Jetzt sind diese ganzen Seiten noch ausgeblendet. Das möchte ich jetzt auch erstmal schnell noch aktivieren. Das für sämtliche Seiten. Und jetzt kriegen wir hier ganz andere Fehlermeldungen teilweise. Zum Beispiel bei Startseite heißt es jetzt, dass wir kein TypoScript-Template gefunden haben. Da kommen wir später zu. Ich zeige erst noch ein paar Module hier, was die dann so alles Schönes machen. Wir haben hier noch eine Listenansicht. Es gibt bestimmte Datensätze, die kann man nicht direkt auf der Webseite sehen. Das sind also keine Inhaltselemente. Und die findet man zum Beispiel auch auf der Wurzelebene. Hier haben wir zum Beispiel einen Backend-Benutzer. Das ist ein Datensatz, der grundsätzlich hier oben auf der Wurzelebene drauf liegt, der aber auch nur in der Listenansicht oder unter Admin-Werkzeuge Backend-Users bearbeitet werden kann. Jetzt sehe ich, dass hier auch noch einige Sachen auf Englisch stehen. Vielleicht sollte man auch erstmal hingehen und die Übersetzung aktualisieren. Und das macht man, indem man hier auf Language im Bereich Admin-Werkzeuge, geklickt. Hier kann man dann Deutsch eintragen. Und als nächstes müsste ich jetzt diese Liste von Extensions durchgehen. Das dauert eine kleine Zeit. Also hier auf Update from Repository. Und da das Ganze jetzt doch ein bisschen länger dauert, kopiere mir einfach die URL vom Backend nochmal. und dann kann ich halt eben hier schon mal weiterarbeiten. Somit hätte ich jetzt die ersten drei Module schon mal grob angesprochen. Arbeitsumgebung zeige ich in einem späteren Video nochmal. Unter Info kann man sich jetzt grundlegende Informationen zu den Seiten geben lassen. Das kann man auch rekursiv für mehrere Seiten machen. Da gibt es eine Seitenbaumübersicht, eine Übersetzungsübersicht. Im Moment gibt es noch keine Sprachen, deswegen sehen wir hier nichts. Es gibt einen Log-File, wo wir Änderungen sehen können. Da wir aber noch kein Typoscript haben, gibt es jetzt eine Fehlermeldung. Das heißt, wir können jetzt hier erstmal nicht weitermachen, bis ich dann ein Template angelegt habe. In einem späteren Video zeige ich dann auch noch, wie der Zugriff funktioniert, wie man Benutzerrechte hier seitenbasiert einstellt. Da haben wir noch Funktionen. Ich muss in der Seite für auswählen. Und hier kann ich mehrere Seiten auf einmal anlegen. Das würde ich aber gar nicht mal unbedingt machen, weil dann vergisst man die Meta-Angaben für die Suchmaschinen und Redakteure, die jetzt zehn Seiten auf einmal angelegt haben, die werden garantiert auch vergessen, das Nachregeln nochmal anzupassen. Seiten sortieren wäre auch möglich. Das muss ich allerdings auch nicht mehr unbedingt hier machen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich die Seiten hier per Drag & Drop hin und her verschiebe. Hier kann ich auch damit kopieren. Ich könnte also jetzt die Steuerungstaste einmal drücken, dann hätte ich hier eine Kopie. Das lasse ich aber raus. Dann haben wir das Template, wo die Administratoren nachher arbeiten werden. Und das sollten wir jetzt auch vielleicht mal eben hinzufügen, denn das ist ja die Fehlermeldung, die wir gesehen hatten. Wenn ich also das Fenster nochmal öffne, sehe ich hier, Seite ID 1 ist vom Typ Shortcut. Und das möchte ich jetzt gerne ändern. Ich gehe jetzt also auf die oberste Seite, auf Bearbeiten. Das kann schon mal raus. Das kann auch raus. Und beim Verweis, an dieser Stelle kann ich jetzt sagen, der Verweismodus soll auf die ausgewählte Seite gehen und die Seite, die ich haben möchte, wäre die Startseite. Auf dieser Seite muss ich jetzt nichts weiter machen. Ich gehe jetzt auf Zugriff, gucke, ob da irgendwelche Anpassungen zu machen sind. Das muss ich jetzt nicht machen. Metadaten lohnen sich jetzt bei dieser Seite auch nicht, weil diese Seite wird gar nicht angezeigt. Die verweist ja sofort auf die Startseite. Erscheinungsbild brauche ich hier im Moment auch noch nicht. Verhalten, da müssen wir schon einen Eintrag machen, nämlich als Anfang der Webseite benutzen, muss für die Rootseite immer ein Haken reingesetzt werden. Wenn ich das nicht mache, gibt es Extensions, die kommen damit nicht klar und die würden dann nicht vernünftig funktionieren. Dann, zum Beispiel die Apache Solar Suche, die Sie als Extension als sehr performante Suche einsetzen könnten, die würde halt die Suchergebnisse nicht richtig finden. Unter Ressourcen kann ich jetzt noch eine allgemeine Datensatzsammlung eintragen. Das wäre jetzt mein Datenordner. Ich kann auch weitere Datenordner anlegen. Allerdings sind diese weiteren Datenordner dann nicht unbedingt für jede Extension zu gebrauchen. Ich muss also bei manchen Extensions die Daten in diese Datensatzsammlung reinlegen, damit zum Beispiel Kategorie Datensätze gefunden werden. Den Datensatz speichern kann ich jetzt mit dem Menü hier oben. Wir haben hier ein Icon für Dokument schließen. Dann würde auch hier dieses Dokument geschlossen werden, aber dann wäre es nicht gespeichert. Ich könnte genauso gut hier klicken. Dann habe ich hier nur speichern, speichern und Ansicht, speichern und schließen, dann Seite löschen und letzten Schritt rückgängig nehmen. Oder beziehungsweise auch mehrere Schritte. Seit der 6er Version gibt es da eine Überarbeitung. Das heißt, ich kann jetzt mehrere Schritte auch nacheinander zurücksetzen. Dokument speichern und Ansicht will ich mal ausprobieren. Und wir müssten jetzt auch schon eine andere Fehlermeldung haben. Wir haben jetzt so nicht mehr dieses mit dem Shortcut als Fehler. Jetzt haben wir kein Typoscript-Template. Ich gehe also jetzt hier auf Speichern und Schließen. Und als nächstes möchte ich dieses Typoscript-Template hinzufügen, damit ich jetzt zumindest diese Fehlermeldung schon mal wegbekomme. Gehe also auf Template, Root, Template für neue Webseite erstellen. Und wenn ich jetzt nochmal ins Frontend gehe, jetzt drücke ich mal Shift-Reload, dann wird der Cache auch mitgelöscht. Dann steht jetzt hier Hello World. Und somit sollte auch wieder Info funktionieren. Das, was vorhin eine Fehlermeldung erzeugt hatte. Und hier sehe ich die ganzen Änderungen. Als nächstes möchte ich Ihnen die Seitentypen erklären, die es hier im System gibt. Wir haben also hier eine Standardseite. Dann gibt es einen Backend-Benutzerbereich. Die unterscheiden sich insofern, dass man einen Backend-Benutzerbereich nur dann sehen kann, wenn man im Backend eingeloggt ist und die Seite dann auch aus dem Backend heraus mit dieser Auge-Funktion aufgerufen hat. Diese Seiten erscheinen nämlich nicht in der Navigation. Dann haben wir hier einen Verweis. Das habe ich hier auf der Root-Seite. Dieser Verweis sorgt jetzt dafür, dass ich nicht die Seite mit der ID 0 bekomme. Mit der Maus einfach kurz drüber stehen bleiben, dann sieht man es. Sondern ich werde weitergeleitet auf die ID 2. Sieht man auch hier. Wenn ich Blank eingebe, werde ich weitergeleitet auf ID 2. Der nächste Seitentyp ist ein Einstiegspunkt. Damit kann man einen Seitenbaum mehrfach verwenden. Das könnte dann Sinn machen, wenn man eine Firma hat mit zwei Töchterunternehmen und die sind beide im selben Gebäude. Und ich möchte dann vielleicht Anfahrt mit Pkw, Anfahrt mit Zug, Anfahrt mit irgendwas, Parkplatzsuche und so weiter, möchte ich in so einen kleinen Seitenbaum reinlegen und das möchte ich für alle meine drei Firmen verwenden. Link zu externer URL. Das ist ein Link, der in der Navigation mit erscheint. Das wäre also sowas wie hier. Wenn ich jetzt auf PHP mal Admin klicke, könnte das ja eine externe Webseite sein. Dann wird dieser Link aufgerufen. Und das sieht aber so aus, als wäre das dann innerhalb der normalen Hauptnavigation. Braucht man sehr häufig, wenn ich ein Shop-System mit einer anderen Software habe. Ich gehe jetzt nochmal zurück in das Typo3-Backend. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier mit den Updates durch bin, mit meinen Sprachdateien. Das klappt soweit. Sprachdateien werden recht gut gecached. Deswegen werde ich jetzt einmal den gesamten Cache löschen. Jetzt brauche ich das Backend natürlich hier nicht mehr. Und jetzt mache ich einen Reload des gesamten Backends in einem anderen Fenster. Und jetzt könnte ich mal gucken, ob es irgendwelche Übersetzungen schon wieder hier gibt. Leider ist das nicht der Fall. Hier fehlen also so ein paar Sachen. Hier könnte Sprache stehen, hier könnte Backend-Benutzer stehen. Ich denke mal, das wird in der nächsten Typo3-Version nachgeliefert, dass diese Übersetzungen wieder da sind. Welchen Seitentyp hatten wir noch vergessen? Links für externe URL hatten wir schon. Ordner hatte ich auch schon erklärt. Papierkorb braucht man heutzutage nicht mehr unbedingt. Der Papierkorb ist heutzutage auf eine andere Art und Weise machbar. Ich könnte also jetzt hier meine Seite anlegen und könnte die dann löschen. Das geht hier unten zum Löschen hier ablegen. Dann wird die Seite hier gelöscht. Und unter diesem Papierkorb habe ich dann die Möglichkeit, diese Sachen wieder herzustellen. In den ersten paar Sekunden kann ich das auch noch hier unten machen. Aber irgendwann verschwindet das hier. Und dann habe ich die Möglichkeit, nur noch über Web-Papierkorb. Und dann könnte ich jetzt die Seite rot aufrufen, sage dann vielleicht tiefer eine Ebene. Und hier habe ich in der Tabelle Seite auch meinen Datensatz, UnicID 4, den könnte ich jetzt hier wieder herstellen oder auch endgültig löschen. Des Weiteren finden Sie hier noch einen Punkt Datei, Dateiliste. Dort haben Sie die Möglichkeit, Dateien hochzuladen oder herunterzuladen. Das kann bei Ihnen als Redakteur vielleicht dann anders aussehen als als Administrator. Wir haben hier einen Ordner File Admin. Den kennen Sie vielleicht noch, wenn ich nämlich dann in meine Typo3-Installation Blink einfach mal reingucke. Dann gibt es hier diesen Ordner File Admin. Der Ordner File Admin ist also für Redakteure zugänglich. Während sowas wie Typo3-Temp und Upload Kurzverzeichnis und Typo3-Conf natürlich nicht hier auftaucht. Ich könnte jetzt hier versuchen, Dateien mal hochzuladen. Das kann ich hier mit Dateien auswählen machen. Da kann ich irgendetwas hochladen. Ich nehme jetzt irgendwie eine Liste als XML. Das hat jetzt soweit geklappt. Es gibt aber auch teilweise Probleme, dass zum Beispiel der Flash Player zu alt ist oder dass Sie gar keinen installiert haben. Dann könnte ich das Ganze über meine Benutzereinstellungen editieren, also Benutzerwerkzeuge, Einstellungen. Da könnte ich sagen, dass ich die Flash-Schnittstelle zum Hochladen nicht aktivieren möchte. Und hier kann man natürlich dann auch noch Benutzerdaten angeben, E-Mail-Adressen, Passwörter editieren. Und wenn ich das Ganze gespeichert habe und ich würde jetzt nochmal sagen, ich möchte Dateien hochladen, dann habe ich hier Durchsuchen-Button und könnte jetzt hier meine Dokumente auswählen. Neuere Browser unterstützen das auch hier, dass ich mehrere Dateien hochlade. Das sind aber nicht sehr, sehr viele, die das machen. Und von daher müssen Sie einfach ausprobieren, ob das klappt. Gegebenenfalls müsste man die Dateien einzeln hochladen. Die wichtigsten Menüpunkte, die Sie tagtäglich brauchen, die haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal angesprochen. Es gibt natürlich hier noch ein paar weitere Sachen. Den Erweiterungsmanager, den werden wir später sehen, wenn wir eine Erweiterung hinzufügen. Sprache habe ich schon gezeigt. Backend-User werde ich Ihnen auch in einem separaten Video nochmal zeigen. Dann haben wir hier eine Datenbank-Überprüfung. Hier hätten wir die Möglichkeit zu gucken, ob alle Datenbank-Relationen passen. Da können wir im Moment aber noch nicht wirklich viel machen, denn die TYPO3-Installation ist ja noch ganz frisch. Konfrontionseinstellungen, die sind dann doch eher für TYPO3-Entwickler gedacht. Ist also im ersten Moment zum TYPO3-Lernen vielleicht ein bisschen zu kryptisch. Installation, das wäre unser Installationstool. Wir können das also auch hier im Backend aufrufen. Alternativ war ja die Stelle mit Install. Da bin ich jetzt auch eingeloggt. Und dann haben wir noch ein Log-File. Da können wir dann genau sehen, wer hat wann was an welcher Seite gemacht. Hier kann man dann sehen, welche Dateien hochgeladen wurden. Ich kann das Ganze auch auf Datenbankänderung und auf einen bestimmten Benutzer filtern. Dann komme ich in einem separaten Video auch noch zu den Reports. Dann kann ich sagen, zeige mir einen kleinen Statusbericht an. Da kommen wir aber später zu. Und für Conjobs, also für zeitgesteuerte Aufgaben, gibt es hier einen Planer oder Scheduler in der englischen Version. Und auch das zeige ich Ihnen in einem separaten Video. und dann kann ich es hier in einem separaten Video.